Ein Segen sein heißt für mich auch in meiner Arbeit und persönlich, wenn ich weiß, dass andere Menschen mich im Herzen tragen und für mich beten beispielsweise. Ein Segen heißt für mich aber genauso, dass ich andere Menschen unterstütze, dass sie mich nicht allein lassen. Sei es im ideellen Sinn, sei es aber auch unterstützen in einer Glaubensgemeinschaft. Und das ist wirklich ein Segen, füreinander da zu sein und sich selbst auch gesegnet zu wissen.